Fußballfans aufgepasst! Um die Spielerlandschaft immer mit neuen, jungen Talenten versorgen zu können, ist sie ganz wichtig, die Nachwuchsförderung. Und bei diesem Event steht genau die im Vordergrund. Der Bayernwerk Junior Cup lädt jedes Jahr die Top-Nachwuchsteams aus ganz Europa ein. Und was dabei herauskommt, ist ein spannendes Turnier. Wir waren für Sie auch in diesem Jahr wieder bei dem Fußball-Event dabei. Ganz wie die Großen feierten die Nachwuchskicker des VfB Stuttgart ihren Triumph beim diesjährigen Bayernwerk Junior Cup in Geelching. Dem größten Heilenfußballturnier Europas der unter Elfjährigen. Einzig die obligatorische Bierdusche nach Abpfiff fiel aus. Dafür sind diese Fußballtalente noch zu jung, nicht aber für große sportliche Taten. Diese stehen bei diesem Turnier im Vordergrund. Und trotzdem geht es auch um so viel mehr. Der Sinn und Zweck dieses Turniers ist es eigentlich, die Jugendlichen von Europa zusammenzubringen. Die Kinder übernachten in den Familien, also nicht in den Hotels. Wir wollen, dass die Kinder gegenseitig sich kennenlernen und mal schauen, wie man in Deutschland lebt. Oder was die Holländer tun, was die Franzosen tun. Neben den sportlichen Ambitionen geht es also auch um den Austausch von Kulturen. Organisiert vom TSV Geelching-Agelsried empfing diese auch in diesem Jahr wieder 18 Jugendmannschaften aus ganz Europa. Auf dem Platz schenken sich diese wenig. Doch neben dem Platz zeigten die Kinder ein großes Miteinander. Rivalität? Fehlanzeige. Nicht mal zwischen dem FC Bayern und den 60er Löwen. Obwohl es für die Talente um einiges geht. Man kann sagen, zwei von diesem Turnier werden auf jeden Fall Profis werden, rein aus der Statistik. Wir haben hier gespielt, Götze, hier hat Hummels gespielt. Also viele große, bekannte Namen, Süle, der Olympiasieger jetzt hat gespielt. Doch damit es die Nachwuchskicker bis ganz nach oben schaffen, braucht es schon in jungen Jahren die richtige Unterstützung. So wie die des Hauptsponsors Bayernwerk. Mit dessen Hilfe auch die 23. Auflage des Nachwuchsturniers ein voller Erfolg wurde. Schließlich verfolgt das Unternehmen die gleiche Devise. Global denken und regional handeln. Hier wird die Zukunft, die Fußballzukunft gefördert. Und toll ist, dass regional hier ein Verein seit so vielen Jahren sich einsetzt und inzwischen ein internationales Turnier auf die Beine gestellt hat. Und hier wird auch Teamgeist gefördert und alles eben aus der Region und somit die Zukunft des Nachwuchses für den Fußball. Und das Bayernwerk, wir sind in einer Energiewende, wir sind groß und sind regional tätig, aber tragen hier massiv bei für die praktische Gestaltung, dass es gelingt, die Energiewende. Gemeinsam also für eine erfolgreiche und bessere Zukunft. Bei so viel Potenzial dürfen sich alle auf Großes freuen.